Angenommen, es gäbe einen Ort, wo wir die Kunst des Friedens erlernen könnten, eine Art Feldlager für spirituelle Krieger. Statt Stunden um Stunden damit zu verbringen, uns die zum Sieg über den Feind nötige Disziplin einzubläuen, könnten wir die Zeit nutzen, um die Ursachen des Krieges selbst auszumerzen. Diesen Prozess könnte man Bodhisattva-Training nennen oder Ausbildung zu Dienern des Friedens. Das Feldlager könnte von Nelson Mandela befehligt werden oder von Mutter Teresa und seiner Heiligkeit dem Dalai Lama. Höchstwahrscheinlich würde es aber wohl unter dem Kommando von Menschen stehen, von denen wir nie zuvor gehört haben, ganz gewöhnlichen Frauen und Männern aus der ganzen Welt, die ihr Leben der Aufgabe gewidmet haben, anderen zu helfen, sich vom Leiden zu befreien. Die Methoden, die wir im Laufe des Bodhisattva-Trainings lernen würden, beinhalteten wahrscheinlich die Praxis von Meditation und Tonglen. Auch die sechs Paramitas, die sechs Aktivitäten der Diener des Friedens, wären wohl Teil unserer Ausbildung. Das Wort Paramita bedeutet ans andere Ufer gelangen. Die in diesem Zusammenhang beschriebenen Handlungen gleichen einem Floß, das uns über den Strom von Samsara trägt. Die Paramitas werden auch transzendente Handlungen genannt, weil sie über die konventionellen Vorstellungen von Gut und Schlecht hinausgehen. Sie bringen uns dazu, die Grenzen dualistischer Ansichten zu überschreiten und einen geschmeidigen Geist zu entwickeln. Eine der größten Herausforderungen unseres Feldlagers würde darin bestehen, nicht in Moralismus zu verfallen. Da die Menschen sich aus allen Teilen der Welt rekrutierten, gäbe es wohl äußerst widersprüchliche Meinungen, was es heißt, ethisch zu handeln, was nützlich ist und was nicht? Höchstwahrscheinlich würden wir uns sehr bald in einer Situation befinden, in der wir die fortgeschrittensten und erwachtesten Mitglieder unserer Gemeinschaft bitten müssten, ein Seminar über Flexibilität und Humor für uns zu halten. Trungpa Rinpoche hatte seine eigene Art und Weise, seine Schülerinnen und Schüler in Flexibilität und Humor zu trainieren. Er ließ uns bestimmte Gesänge auswendig lernen und ein paar Monate, nachdem die meisten von uns den Text endlich konnten, änderte er ihn. Er lehrte uns spezifische Rituale, deren Einzelheiten wir äußerst präzise einzuhalten hatten. Als wir dann gerade anfingen, diejenigen zu kritisieren, die es falsch machten, lehrte er dieselben Rituale plötzlich ganz anders. Wir hatten ausgefeilte Handbücher mit den genauen Einzelheiten entworfen, die plötzlich überholt waren, noch bevor sie vom Drucker kamen. Nach Jahren eines derartigen Trainings beginnt man, seinen Griff zu lockern. Wenn die Anweisung heute lautet, alles nach rechts zu verfrachten, dann tut man es, so tadellos, wie es einem möglich ist. Und wenn es morgen heißt, alles muss nach links, dann tut man es mit ganzem Herzen. Die Vorstellung, es gebe den einen richtigen Weg, löst sich irgendwie im Dunst auf. Meditation und Tonglen sind erprobte Methoden, sich in Anpassungsfähigkeit zu üben und den rigiden Geist loszulassen. Die sechs Parameters ergänzen diese Praktiken und bringen das Training in sämtliche Aktivitäten unseres Lebens. Sie sind das Mittel, alles, was wir tun, zur lebendigen Kunst des Friedens zu machen. Was die Parameters von gewöhnlichen Handlungen unterscheidet, ist die Tatsache, dass sie auf Praschnya gegründet sind. Praschnya ist eine Art der Wahrnehmung, die jede Tendenz, die Dinge zu benutzen, um Boden unter die Füße zu bekommen, augenblicklich auflöst. Eine Art Bockmistdetektor, der uns davor bewahrt, in Rechthaberei zu verfallen. Wenn wir uns in der Kunst des Friedens üben, gibt uns niemand eine Garantie, dass alles in Ordnung kommt, weil wir ja so gute Absichten haben. Tatsächlich gibt es keinerlei Versprechen auf Erfolg. Stattdessen sind wir aufgefordert, Freude und Leid, Lachen und Weinen, hoffen und fürchten, alles, was lebt und stirbt, tief zu betrachten. Was wirklich heilt, so lernen wir, sind Dankbarkeit und Zärtlichkeit. Wir sagen nicht etwa, ich selbst bin nicht so wichtig, wenn ich jedoch die Welt verändern könnte, wäre es besser für die anderen. Es ist viel weniger kompliziert. Wir machen uns nicht auf, die Welt zu retten. Wir fragen uns einfach, wie es anderen geht und welche Wirkungen unserer Handlungen auf sie haben. Die ersten fünf transzendenten Handlungen oder Parameter sind Großzügigkeit, Disziplin, Geduld, Eifer und Meditation. Sie sind untrennbar von der sechsten, Praschnya, Weisheit, die es unmöglich macht, unsere Handlungen zu benutzen, um Sicherheit für uns zu gewinnen. Praschnya ist die Weisheit, die das immense Leiden durchschneidet, das sich aus unserem Bedürfnis nach Schutz unseres eigenen Territoriums ergibt. Schon die Worte Großzügigkeit, Disziplin, Geduld und Eifer lösen bei vielen von uns unangenehme Assoziationen aus. Sie klingen nach bleischweren Pflichten und Verboten. Sie erinnern an Schulordnungen und Moralpredigten. Bei den Parameters geht es aber überhaupt nicht darum, bestimmten Anforderungen gerecht werden zu müssen. Wenn wir glauben, vorgegebene Vollkommenheitsansprüche erfüllen zu müssen, dann sind wir bereits geschlagen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Passender wäre es, in den Parameters eine Art Forschungsreise zu sehen. Sie sind ein Abenteuer und keine in Stein gehauenen Gebote. Die erste Parameter ist Großzügigkeit, das Abenteuer geben zu lernen. Wenn wir uns unfähig und wertlos fühlen, horten wir Dinge. Wir haben solche Angst, Angst, etwas zu verlieren, Angst, uns noch ärmer zu fühlen. Dieser Geiz ist zutiefst traurig. Wenn wir ihn anschauen, sehen wir so viel Ängstliches klammern und greifen, dass uns die Tränen kommen. Dieses Festhalten lässt uns unendlich leiden. Wir sehnen uns nach Trost, aber wir verstärken nur unsere Aversion, das Gefühl zu sündigen und ein hoffnungsloser Fall zu sein. Die Ursachen von Aggression und Angst beginnen, sich ganz von selbst aufzulösen, wenn wir über unsere Verelendungsängste und unsere Zögerlichkeit hinausgehen. Der Grundgedanke ist Großzügigkeit, sich darin zu üben, größer zu denken, uns den größten Gefallen der Welt zu tun und aufzuhören, unsere eigenen Strategien zu verfolgen. Je mehr wir von unserem fundamentalen Reichtum erfahren, desto mehr können wir loslassen. Der grundlegende Reichtum ist in jedem Augenblick verfügbar. Der Schlüssel zu diesem Reichtum ist Entspannung. Entspannung angesichts einer Wolke am Himmel oder eines winzigen Vogels mit grauen Flügeln. Entspannung im Klingeln des Telefons. Wir können die Einfachheit in den Dingen erkennen. Wir können riechen, schmecken, fühlen und uns erinnern. Wenn wir einfach gegenwärtig sein können, einfach ganz unmittelbar präsent, ohne zu sagen, damit stimme ich definitiv überein oder damit stimme ich keinesfalls überein, dann finden wir überall unseren grundlegenden Reichtum. Er gehört weder uns noch den anderen, aber er steht allen zur Verfügung. In Regentropfen, in Blutstropfen, in Herzschmerz und Entzücken ist dieser Reichtum die Natur von allem. Er gleicht der Sonne, die ohne Unterschied für alle scheint. Er gleicht einem Spiegel, der, ohne zu greifen oder abzulehnen, einfach alles reflektiert. Das Abenteuer der Großzügigkeit bringt uns mit diesem Reichtum in Kontakt und lehrt uns, ihn so von Herzen zu schätzen, dass wir alles, was ihm im Wege stehen kann, bereitwillig aufgeben. Wir geben unsere Sonnenbrillen auf, unsere langen Mäntel, unsere Kapuzen und unsere Verkleidungen. Kurz, wir öffnen uns und lassen uns berühren. Das nennt man sein Vertrauen auf den allumfassenden Reichtum setzen. Auf der Alltagsebene unseres gewöhnlichen Lebens erfahren wir diesen Zustand als Flexibilität und Warmherzigkeit. Wenn man das formelle Bodhisattva-Gelübde ablegt, bringt man dem Lehrer als Kernpunkt der Zeremonie ein Geschenk dar. Es sollte etwas Kostbares sein, etwas, von dem man sich nur schwer trennen kann. Einer meiner Freunde hat einen ganzen Tag damit verbracht, sich zu überlegen, was für ein Geschenk er machen solle. Sobald ihm etwas einfiel, wurde seine Anhaftung an diesen speziellen Gegenstand unerträglich. Nach einer Weile war er mit den Nerven am Ende. Der bloße Gedanke, auch nur ein einziges seiner geliebten Besitztümer zu verlieren, war mehr, als er ertragen konnte. Später habe ich einem durchreisenden Lehrer die Geschichte erzählt, und er hat gesagt, dass es für meinen Freund vielleicht die Gelegenheit gewesen sei, Mitgefühl mit sich selbst und mit allen anderen zu entwickeln, die wie er im Leiden des Begehrens gefangen waren. Mitgefühl für alle, die einfach nicht loslassen können. Wir können anderen mit materiellen Gütern helfen. Wenn sie hungrig sind und wir etwas zu essen haben, können wir teilen. Wenn Unterkunft, Bücher oder Medikamente gebraucht werden und wir sie geben können, so tun wir es einfach. Wir können mit all unseren Kräften für diejenigen sorgen, die unsere Hilfe brauchen. Eine wahre Verwandlung aber tritt dann ein, wenn wir unsere Anhaftung aufgeben und das verschenken, was wir glauben, keinesfalls loslassen zu können. Was wir auf der äußeren Ebene tun, hat die Kraft, tief verwurzelte Gewohnheitsmuster des Festhaltens zu lockern. In dem Maße, in dem wir selbst zu geben gelernt haben, können wir die Fähigkeit auch anderen vermitteln. Das ist das Geschenk der Furchtlosigkeit. Wenn wir die Einfachheit und Vollkommenheit der Dinge berühren und erkennen, dass wir im Grunde gar nicht im Dreck stecken, dann können wir die daraus resultierende Erlösung mit anderen teilen. Wir können die Reise gemeinsam machen. Was wir daraus lernen, wenn wir unseren Panzer öffnen und furchtlos genug sind, um die Maske abzunehmen, das können wir mit anderen teilen. Wir können auch das Geschenk des Dharma machen. Wir können zum Beispiel im Rahmen unserer Möglichkeiten andere Meditation lehren. Wir können den Menschen von der Tonglen-Praxis erzählen. Wir können ihnen Bücher und Kassetten empfehlen und sie auf Vorträge und Übungszeiten aufmerksam machen. Wir geben ihnen die Werkzeuge an die Hand, selbst das herauszufinden, was uns ermutigt hat, unseren Griff zu lockern und unser Denken zu erweitern. Die Ursachen von Aggression aufzulösen, erfordert Disziplin. Eine Disziplin, die sanft und doch präzise ist. Ohne die Parameter der Disziplin haben wir nicht den Rahmen, den wir brauchen, um uns entwickeln zu können. Ich erinnere mich noch an das erste Meditationsretreat, das ich geleitet habe, nachdem mein Buch Dharma als Lehre, Dharma als Erfahrung erschienen war. Die meisten Teilnehmer waren gekommen, weil sie die Vorstellung von Maitri, die diesem Buch zugrunde liegt, inspirierend fanden. Es war wohl am dritten Tag der Veranstaltung und wir saßen alle in Meditation. Plötzlich stand eine Teilnehmerin auf, streckte sich und legte sich dann auf den Boden. Als ich sie nachher fragte, was los gewesen sei, antwortete sie, ach, ich war so müde und da habe ich mir gedacht, ich tue mir jetzt etwas Gutes und mache eine Pause. In diesem Moment begriff ich, dass ich wohl noch über die Magie der Disziplin sprechen musste und darüber, wie wichtig es ist, sich nicht von seinen Launen beherrschen zu lassen. 1972 meditierte ich zum ersten Mal mit Schülern von Trungpa Rinpoche. Er selbst war lange nicht mehr in Amerika gewesen und seine Szene, wie wir es nannten, begann sich gerade zu entwickeln. In der einen Ecke des Raums hatte sich ein Mann auf drei runden Kissen platziert und alle fünf oder zehn Minuten brach sein Turm zusammen. Dann ordnete er seine Kissen wieder neu und weiter ging es. Eine andere Schülerin sprang immer wieder auf und lief schluchzend aus dem Raum, das konnte bis zu fünfmal in einer Stunde passieren. Als wir dann mit der Gehmeditation begannen, hatte jeder seinen eigenen exzentrischen Stil, einer ging tief in die Knie und schwebte bei jedem Schritt gewissermaßen nach oben, ein anderer ging tatsächlich rückwärts. Die ganze Sache war unglaublich unterhaltsam und äußerst ablenkend. Nicht lange danach begann Rinpoche, eine allgemeine Meditationsdisziplin einzuführen und es wurde deutlich besser. Wir zwingen nicht unsere Schlechtigkeit oder unser Unvermögen unter eine Disziplin, sondern wir halten jede Form einer möglichen Flucht vor der Wirklichkeit unter Kontrolle. Mit anderen Worten, die Disziplin ermöglicht uns, vollständig präsent und in Kontakt mit dem Reichtum des Augenblicks zu sein. Was diese Disziplin frei macht von Strenge, ist Praschnya, Weisheit. Disziplin ist weder das Verbot, alles Angenehme zu genießen, noch der Befehl, uns um jeden Preis zu beherrschen. Das Abenteuer der Disziplin ist eine Ermutigung zum Loslassen. Es handelt sich um eine Art Entflechtungsprozess, der uns ermutigt, gegen den Strich unserer leidhaften Gewohnheitsmuster zu handeln. Auf der äußeren Ebene können wir die Disziplin als Struktur sehen, etwa eine 30-minütige Meditationssitzung oder einen zweistündigen Dharma-Vortrag. Das beste Beispiel für diese Art von Struktur ist zweifellos die Meditationstechnik. Wir setzen uns in einer bestimmten Haltung hin und beachten die Methode so getreu wie möglich. Wieder und wieder richten wir die Aufmerksamkeit leicht auf das Ausatmen und sitzen durch alle Launen, durch Erinnerungen, durch Dramatik und Langeweile hindurch. Dieser einfache Wiederholungsprozess lädt den fundamentalen Reichtum in unser Leben ein. Wir befolgen die Anweisungen so wie es andere Meditierende über die Jahrhunderte ebenfalls getan haben. Im Rahmen dieser Struktur aber gehen wir mit Mitgefühl vor. Auf der inneren Ebene bedeutet Disziplin die ständige Rückkehr zu Sanftheit, zu Aufrichtigkeit, zum Loslassen. Auf der inneren Ebene besteht die Disziplin darin, das Gleichgewicht zwischen nicht zu fest und nicht zu locker zu finden. Disziplin gibt uns den Rahmen, innezuhalten und genug Präsenz zu entwickeln, um in unserem Leben kein heilloses Durcheinander anzurichten. Sie liefert uns die Unterstützung, die es uns ermöglicht, uns immer noch weiter in die Bodenlosigkeit vorzuwagen. Die Parameter der Geduld bezieht ihre Kraft aus der Tatsache, dass sie das Gegenmittel zum Zorn ist. Ein Weg zu mehr Wertschätzung und Liebe für alles, was uns auf dem Pfad begegnet. Mit Geduld ist nicht Ausharren gemeint, also etwas wie gute Miene zum bösen Spiel. Statt augenblicklich zu reagieren, können wir in jeder Situation zuerst einmal auf den Gegebenheiten herumkauen, sie beschnüffeln, sie genau betrachten und uns wirklich für sie öffnen. Das Gegenteil von Geduld ist Aggression. Das dringende Bedürfnis, aufzuspringen und loszurennen, unserem Leben einen Stoß zu geben, den offenen Raum zuzuschütten. Das Abenteuer der Geduld erfordert Entspannung, Öffnung für das, was vorgeht und einen Sinn für das Wunderbare. Meine Freundin hat mir einmal erzählt, wie ihre Großmutter, eine Halbindianerin vom Stamm der Cherokee, mit ihr und ihrem Bruder Tiere beobachtete. Ihre Großmutter sagte immer, wenn du still sitzt, wirst du etwas sehen, wenn du ruhig bist, wirst du etwas hören. Obwohl sie das Wort Geduld nie gebrauchte, war es genau das, was die Geschwister lernten. Tonglen ist eine Übung, um Geduld zu lernen. Wenn wir wieder einmal einen schnellen Zug machen wollen, wenn wir durch das Leben rasen wollen, wenn wir glauben, eine Lösung finden zu müssen, wenn uns jemand anbrüllt und wir beleidigt sind und zurückbrüllen oder es ihm heimzahlen möchten, können wir stattdessen die fundamentale menschliche Ruhelosigkeit, die grundlegende menschliche Aggression, berühren, indem wir Tonglen für alle Wesen üben. Zusätzlich können wir dann auch ein Gefühl von Offenheit aussenden, was die Dinge weiter verlangsamt. Wir können das übliche Gewohnheitsmuster nicht geschehen lassen. Unsere Worte, unsere Handlungen können eine ganz und gar unerwartete Wendung nehmen, weil wir uns die Zeit gönnen, die Situation erst einmal zu berühren, sie zu schmecken und wirklich wahrzunehmen. Wie die anderen Parameters, so hat auch der Eifer die Merkmale einer Entdeckungsreise, die Qualität eines Prozesses. Wenn wir anfangen, uns in Eifer zu üben, dann merken wir, dass es uns manchmal gelingt, manchmal aber auch nicht. Es stellt sich die Frage, wie kommen wir mit Inspiration in Berührung? Wie kommen wir mit der freudigen Begeisterung in Kontakt, die in jedem Augenblick zu finden ist? Eifer bedeutet nicht, dass wir uns zwingen. Es geht nicht darum, ein Projekt abzuschließen oder ein Rennen zu gewinnen. Es ist eher so, als würde man an einem kalten Morgen in einer verschneiten Berghütte aufwachen. Man möchte einen Ausflug machen, weiß aber, dass man dafür zuerst aufstehen und Feuer machen müsste. Gern würde man im warmen, kuscheligen Bett bleiben, aber man springt trotzdem auf und macht Feuer, weil der strahlende Tag, der vor einem liegt, größer ist als die Versuchung, im Bett zu bleiben. Je mehr wir uns eine weitere Perspektive zu eigen machen, desto größer wird unsere Freude. Eifer bedeutet, mit unserem Hunger nach Erleuchtung in Kontakt zu kommen. Eifer ermöglicht uns, aktiv zu werden, zu geben, alles, was uns begegnet, mit Wertschätzung zu behandeln. Wenn wir wirklich wüssten, wie viel Unglück es über die ganze Erde bringt, dass wir alle ständig versuchen, uns Leid vom Hals zu halten und jedes nur mögliche Quäntchen Vergnügen zu erwischen, wenn wir wüssten, wie unglücklich es uns selbst macht und wie es uns von unserem guten Herzen und unserer grundlegenden Intelligenz abschneidet, dann würden wir Meditation üben, als stünden unsere Haare in Flammen. Wir würden üben, als wäre uns plötzlich eine riesige Schlange in den Schoß gefallen. Nicht einmal im Traum würden wir mehr denken, wir hätten noch viel Zeit und könnten die Arbeit auf später verschieben. Durch Praschnya schließlich werden die übrigen Parameters zu Mitteln und Wegen, die uns unsere Verteidigung aufgeben lassen. Jedes Mal, wenn wir geben, jedes Mal, wenn wir Disziplin, Geduld oder Eifer üben, ist es, als legten wir eine schwere Last ab. Erst die Parameter der Meditation ermöglicht uns die ganze Reise. Für eine erleuchtete Gesellschaft, die sich nicht auf Gewinn und Verlust gründet, ist die Praxis der Meditation grundlegend. Wenn wir uns zur Meditation hinsetzen, können wir mit einer Ebene in Kontakt kommen, die nicht konditioniert ist, einem Geisteszustand, einer Grundatmosphäre des Nichtgreifens, des Nichtzurückweisens. Meditation ist womöglich die einzige Aktivität, die dem Bild nichts hinzufügt. Alles darf kommen und gehen, wie es sich fügt, ohne weitere Verzierung. Meditation ist eine völlig gewaltlose, aggressionsfreie Beschäftigung. Den Raum nicht zuzuschütten, die Möglichkeit des Kontakts mit bedingungsloser Offenheit zuzulassen, liefert die Basis für wirkliche Veränderung. Sie mögen einwenden, das sei ein nahezu unerreichbares Ziel. Vielleicht haben Sie recht. Je länger wir aber andererseits mit dieser Unmöglichkeit in der Meditation sitzen, desto mehr finden wir heraus, dass es letzten Endes doch immer möglich ist. Wenn wir an Gedanken und Erinnerungen haften, hängen wir am Ungreifbaren. Wenn wir diese Phantome aber einfach berühren und wieder loslassen, können wir Raum entdecken, eine Lücke im Geschwätz, einen Schimmer des klaren Himmels. Damit nehmen wir unser Geburtsrecht in Anspruch. Wir treten das Erbe unserer eingeborenen Weisheit an, der überwältigenden Entfaltung ursprünglichen Reichtums, angeborener Offenheit, der ursprünglichen Weisheit selbst. Alles, was dann noch nötig ist, ist unabgelenkt in der unmittelbaren Präsenz zu ruhen, im Hier und Jetzt. Und wenn wir von Gedanken, Wünschen, Erwartungen und Befürchtungen abgelenkt werden, kehren wir einfach wieder und immer wieder in den gegenwärtigen Augenblick zurück. Hier sind wir. Wir werden davongetragen, wie vom Winde verweht, und wie auf den Schwingen des Windes getragen, kehren wir wieder zurück. Wenn ein Gedanke zu Ende und der nächste noch nicht entstanden ist, können wir in dem sich auftuenden Raum ruhen. Wir üben die Rückkehr in das unveränderliche Herz des gegenwärtigen Augenblicks. Das ist die Quelle jeden Mitgefühls und aller Inspiration. Die sechste Paramita ist Praschnya, und sie verwandelt alle anderen Handlungen in Gold. Es heißt, dass die anderen Paramitas uns noch Bezugspunkte liefern können, aber Praschnya durchkreuzt das ganze Spiel. Praschnya macht uns heimatlos. Sie lässt uns nicht den kleinsten Raum auf irgendetwas zu beharren, und darum können wir endlich entspannen. Kein Kämpfen mehr. Kein Wegbeißen mehr. Kein Parteinehmen mehr. Manchmal fühlen wir noch eine unendliche Sehnsucht nach unseren alten Gewohnheiten. Wenn wir mit Großzügigkeit arbeiten, begegnen wir unserer Nostalgie für das Festhalten. Wenn wir mit Disziplin arbeiten, begegnen wir der Nostalgie für unsere Gewohnheit zu kneifen und uns aus den Dingen rauszuhalten. Während wir mit Geduld arbeiten, begegnen wir unserer Sehnsucht nach Hektik. Wenn wir Eifer üben, erkennen wir unsere Trägheit. In der Meditation sehen wir unsere endlose Diskursivität, unsere Ruhelosigkeit und unsere Haltung. Mir ist alles egal. Wir lassen diese Nostalgie einfach zu und wissen, dass alle Menschen so fühlen. Es gibt einen Platz für unsere Nostalgie, so wie es auf diesem Pfad für alles einen Platz gibt. Jahr um Jahr legen wir mehr von unserer Rüstung ab und dringen tiefer in die Bodenlosigkeit vor. Das ist das Training des Bodhisattvas, die Ausbildung der Diener des Friedens. Die Welt braucht Menschen, die auf diese Weise geschult sind. Bodhisattva-Politiker, Bodhisattva-Polizisten, Bodhisattva-Eltern, Bodhisattva-Busfahrer, Bodhisattvas in der Bank und im Gemüseladen. Wir werden in allen Bereichen der Gesellschaft gebraucht. Wir werden gebraucht, um unser aller Bewusstsein und Handeln zum Wohle anderer und der Zukunft der Welt zu verwandeln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017